Und du bei den Whisky-Lady. Wo siehst, wo schausten Sie den Teppern da in der Trottel? Wo ist der damme Junge, dass der Brötchen gemacht? Oh ja, deswegen schaue ich ja. Weil ich habe in meiner frühesten Jugend einmal einen Kakadu geschnachselt und jetzt überlege, ob du nicht vielleicht mein Bub bist. Vielen Dank.